Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Krieg in Nahost plus Netanyahu verärgert Vermittler plus. Bericht über den Nahostkrieg. Krieg in Nahost, Netanyahu verärgert Vermittler. Der andauernde Konflikt im Nahen Osten hat in den letzten Wochen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Insbesondere die jüngsten Bestrebungen internationaler Vermittler, eine Waffenruhe zu erreichen, stießen auf heftige Reaktionen seitens des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Diese Entwicklung sorgt sowohl auf politischer als auch auf diplomatischer Ebene für angespannte Verhältnisse. Netanyahu zeigte sich in einer Pressekonferenz äußerst unzufrieden mit den vorliegenden Vorschlägen der Vermittler. Diese Maßnahmen sollen die humanitäre Krise in den betroffenen Gebieten, insbesondere im Gazastreifen, lindern. Die UN-Generalsekretärin betonte in einem Statement, dass jedes weitere Zögern, Leid und Zerstörung nur verlängern wird. Auf palästinensischer Seite äußerten sich Führer der Hamas ähnlich ablehnend gegenüber den Vorschlägen. Sie erklärten, dass diese nur den Interessen des Besatzers dienen und den legitimen Widerstand kriminalisieren würden. Der Sprecher der Hamas gab zudem an, dass jegliche Lösung, die das Recht auf Rückkehr und eine unabhängige palästinensische Staatlichkeit nicht berücksichtigt, inakzeptabel ist. Experten wie der Nahostanalyst Dr. Tobias Klein halten die starre Haltung beider Seiten für äußerst problematisch. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Klein, solange keine der Parteien bereit ist, Kompromisse einzugehen, wird es keine nachhaltige Lösung geben. Die internationale Staatengemeinschaft muss weiterhin Druck ausüben und parallel humanitäre Hilfe leisten. Unterdessen hat die Bevölkerung in Israel und den palästinensischen Gebieten schwere Verluste zu beklagen. Laut Angaben des Roten Kreuzes sind in den letzten vier Wochen über 500 Menschen ums Leben gekommen und Tausende wurden verletzt. Die Zerstörung der Infrastruktur in Gaza hat die humanitäre Lage zusätzlich verschärft. Krankenhäuser sind überlastet und es fehlt an grundlegenden medizinischen Ressourcen. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, sowohl kurzfristige Hilfsmaßnahmen zu verstärken, als auch langfristige Lösungen zu finden. Der diplomatische Druck auf beide Konfliktparteien soll erhöht werden, um zumindest eine temporäre Waffenruhe zu erreichen. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Friedenslösung bleibt jedoch verhalten. In der Zwischenzeit bleibt die Lage im Nahen Osten unsicher. Es wird entscheidend sein, wie sich die vermittelnden Parteien und die Konfliktparteien in den kommenden Tagen und Wochen positionieren. Ein diplomatischer Durchbruch scheint derzeit unwahrscheinlicher denn je. Doch die Bedeutung und Dringlichkeit einer friedlichen Lösung sind unbeschritten. Quellen, Tagesschau, Süddeutsche Zeitung, Vereinte Nationen, Rotes Kreuz. Autor Anita Farke, Datum, Montag, 8. Juli 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.